So Leute, herzlich willkommen zu der ersten Halbzeitanalyse, bevor das Spiel weitergeht. Es steht 4-0 für den VWL Wolfsburg der Frauen, für die Damen. Ja, tolle Tore. Wir haben vier schöne, wirklich tolle Tore. Hada hat das erste Tor gemacht. Hier kommt das 2-0. Und guckt es euch an. Mega schönes Traumtor. Ja, und es gab auch schon eine gelbe Karte, und zwar für Alexandra Popp. Uiuiui. Nein, ähm, ja, Popp, bitte nicht nochmal machen. Ja, jetzt sehen wir es hier. Ja, es hätte anders gehen müssen, Poppy, aber ja, lass mir nochmal so mit dem Auge durchziehen. Jetzt sehen wir das 3-0. Ähm, boah, zieht es euch an, Leute. Das ist ein perfektes Tor. Wir haben jetzt hier auch nochmal vor der, ich glaube, 46., 47. Minute von Hada das Tor. Ähm, vom Schluss, boah, mega, mega schönes Traumtor. Also, also, wirklich. Vor der VWL Wolfsburg. Die sind im Halbfinale, das sag ich jetzt schon mal, ähm, ja, es geht jetzt gleich weiter mit der zweiten Halbzeit. Und ich wünsche euch gut Hut und viel Spaß.